heimlich zu machen aber damit ist jetzt vorbei denn so im engen raum bietet sich doch die schotty an kann ich den größeren ich hab doch hier schon alles voll aufgepimpt wollt ihr mich verarschen komisch ja macht das wie unfair was war das ok ok ja wir haben es nicht geschafft hat er uns fertig gemacht aber hat der hurensohn zu mir gesagt hat mich traurig gemacht niemand sagt zu mir hurensohn halt dein maul f*** dich aaaaah scheiße lisha ich komme wo ist dieser schwanz lücher direkt vom gefängnis hau 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 ok damit kommen wir nicht weiter mit dieser rage nummer oder ich hätte eine granate werfen können dann hätten wir weiter rage'n können hau 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 viel spaß damit einer noch oh man die ist echt nur für kurze Entfernung hier die Schotty Was freust du dich denn so? Uah Na, ne die Kamera, du Idiot Uah Medizin, Medizin, Medizin Hurra Wer weiß, wie lang diese Höhle hier noch ist Und wir sind halt voll Ich komme, Lisa 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 Wo bist du? Ja Okay Weiter geht's Wo bist du? Oh Ist das in HD? Ihhh, nein Ich will, dass du sagst Mom, Dad Ich will's nicht sehen Und wie ist es mein Schatten da jetzt nicht im Bild? Hallo Miete Katze Miete Katze Bitte hier empfehlen, okay? Du musst echt abhauen hier Du musst echt abhauen hier Du hast die Idiotenschwälder Auf der Lange Nichts So flucht Okay, ich hab schon ne lustige Idee Oh Was? Wo bist du? Wo bist du? Hier bringt dich Wer hat dich tätowiert? Ich will wissen, wer das gemacht hat Sie drei vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Hm? Jetzt bist du einer von uns Denkst du, du bist jetzt wie ich? Der California Boy ist geil auf das Das Dschungelfieber Meine Schwester kriegt Eine Kugel Durch Ihren Kopf gejagt Genau wie bei deinem Bruder Grant Fick dich Du bist sauer, Jason Du Bist sauer Okay Verstehe ich Verstehe ich Ich meine, ohne Familie Wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan Für meine Schwester Ich hab sogar getötet Für meine Schwester Aber das hat dir nicht gereicht Nein, 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 bitte Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie Die bringen Dinge Das hättest du nie gedacht Jedes verdammte Mal Dann sagen sie zu mir Was? Was? Wer verfickt doch mal Ist dir wichtiger? Die oder ich Ich oder dies Als ob Echt, als ob Die denken Dass ich mich entscheiden müsste Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße Hätte doch So schön gepasst Wirklich zu blöd, dass Cidra dich tätowiert hat Jetzt reicht es nicht, dich zu töten Man muss dich auslöschen Ich mag den Gell Ich schwöre bei Gott, Mann Es ist wunderbar Dass du bereit bist Für dein Liebste zu sterben Ist das einfach Ups Tut mir leid So Oh Zeitreise Scheiße Zeitreise Mensch Was Was laber ich Checkpoint Quick Race Action Mach hin Event Spring durchs Feuer Feuer löschen Und drauf Dran Zugrunde gehen Okay Versuchen wir es nochmal Ein Quick Event Wo wir Checkpoint Mir fehlen heute Voll die Wörter So Einmal da hoch Jetzt Darum Übers Feuer Gehüppt Nochmal übers Feuer Durch die Tür Ich muss auf die Rohre schießen Okay Ich glaube der Fisch ist schon zu spät Muss da drüber Ich muss da drüber Dadurch Hilfe Jesus Hey Oh Du Idiot Nicht da lang Auf keinen Fall da lang Auch da Da muss ich drauf schießen Was für ein Zufall Dass das genau dort jetzt war Ich halte die Hitze nicht länger aus Junge Na komm stell dich halt nicht so an Und jetzt Ja Ja ich komm doch schon Hey Baby Bleib halt immer da Okay Oh Oh nein Das kann ich nicht Das ist der einzige Weg runter Komm schon Oh Oh mein Gott Ihr Idioten Hahaha Besser hätte ich es Nicht machen können Da drüben Der Wagen Er ist entrein Den hole ich mir Was er ist entrein Holt euch das Fahrzeug Lisa du fährst Was Fahr Okay Okay Schießt auf den Tag Er springt nicht an Ja weil du ne Frau bist Juhu Kleertaste Hämmern Los jetzt Jason Boah wie geil Welche Explosion Also solch ist Szenen kennt man schon Zu genüge aus anderen Spielen Ich kann das nicht Wie soll ich damit klarkommen Aber hier macht die Irgendwie echt Wieder mal Spaß Ja ich bin aber am Nachladen Mann Schrei mich nicht so an Die alte macht mich Sauer Kann er auf dich schießen Nee kann ich nicht Die schießen auf mich Mein Gott Mein Gott Ich glaube ohne die Hat es mehr Spaß gemacht Find auch Zehn von zwei Zehn von zwei Anfahr du doch Auf jeden Fall ist das hier zu leicht Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Schneller Schneller Keine Straße Geht nicht Sag wer Die Bullen Das war jetzt fast lustig Die Schoß der Motor aus Nein Abgesoffen Ich höre ihn doch Tritt auf die Kupplung Ich Welches Pedal ist das Oh mein Gott Die sind vor uns Jason vor uns Ach wo hat er jetzt die Pistole her Ja da geht auch da hin Hast schon recht Alles klar Ich hab jetzt Los los Die Eier Sarpentine Sarpentine Was 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 Wo kommen sie Hier hängen sie ab Ich muss gleich kotzen Schneller Schneller Ach komm Kann ich die alte net abknallen Diese Pisser haben gar nicht gemerkt was passiert ist Großartig Schubs sie runter Schubs sie runter Schubs Hältst du fast drauf gehen Oder als Sklave verkauft werden Für witzig Wo ist die Schubstaste Es ist ein Albtraum Okay hör zu ich mach das schon Weißt du wo die Piraten die anderen hingebracht haben Die sagten sie haben Oliver zum Bunker gebracht Bin ich sicher bei Keith und Daisy Was ist mit Riley Ich weiß nichts von Riley oder Grant Grant ist tot Scheiße Das tut mir so leid Aber ich habe Daisy gefunden Ich werde auch die anderen finden Immer diese Daisy Anspielungen Okay Gleich geht's weiter